Wie wird Geld erschaffen? Ganz einfach. Mittels Bilanzverlängerung. Mit dem folgenden Beispiel will ich euch aufzeigen, wie die Geldherstellung bei einer Kreditvergabe funktioniert. Wenn jemand einen Kredit aufnimmt, sucht die Person sich eine Bank aus und akzeptiert den von der Bank angebotenen Kreditvertrag. Dieser wird dann von beiden Parteien unterschrieben. Dieser Vertrag ermächtigt die Bank zur Geldherstellung mittels Bilanzverlängerung. Geld wird nicht einfach so aus dem Nichten schaffen, es ist ein Bilanzierungsvorgang. Und so sieht dann auch die Geldherstellung in der Bilanz der Bank aus. Und zwar die Verbindlichkeit der Bank gegenüber an Kreditnehmern das neu hergestellte Buchgeld auszuzahlen und gleichzeitig die Forderung der Bank an Kreditnehmer den Kredit in Raten zurückzahlen. Zahlen muss der Kreditnehmer aber zusätzlich auch Zinsen und Gebühren. Das Bankengeld vom Kredit ist von der Bank mittels Bilanzverlängerung hergestellt worden. Der Kreditnehmer muss aber verdientes Geld plus Zinsen und Gebühren zurückzahlen. Und wenn der Kreditnehmer den Kredit einmal nicht mehr zurückzahlen kann, dann holt sich die Bank die Sicherheiten vom Kreditnehmer. Und jetzt urteilen sie selber. Sind die Bank und die Kreditnehmer gleichberechtigte Geschäftspartner? Wir von den Vollgeldinitiativen sagen Nein, sind sie nicht. Richtig wäre es, wenn die Bank Spargelder oder Nationalbankengelde weitergeben müsste. Wir wollen öffentliche Geldherstellung und private Kreditvergabe. Am 10. Juni können wir über die Vollgeldinitiativen abstimmen. Stimm auch du Ja für ein gesundes Finanzsystem. Grand herd. Sunday. Sp Lovely. Vielen Dank.